Der Finanzbereich ist, ich glaube, in der Außenwirkung sehr antiquiert und sehr verstaubt. Bei Zalando ist das anders, also Zalando ist für mich controlling and cool. Ich gehe fast jeden Tag vor zwölf, eine halbe Stunde kickern mit einem Kollegen aus meinem Team. Man arbeitet auch an etwas Großem, wo halt auch, glaube ich, die Außenwelt das häufig kritisiert und anzweifelt. Und wenn es dann funktioniert, was wir bewiesen haben 2014, dann ist es halt umso cooler. Ich habe noch nie so einen jungen dynamischen Haufen gesehen, der halt irgendwie so viel bewegen konnte und bewegt hat in kurzer Zeit. Bei Zalando hat man einfach als Mitarbeiter noch die Chance, Fußspuren zu hinterlassen. Copyright Untertitel von SWISS TXT Copyright Untertitel von SWISS TXT